Hallo, mein Name ist Moritz Stiefenhofer. Ob Neubau oder Sanierung, die Firma Stiefenhofer aus Lindenberg im Allgäu hat für jeden die passende Lösung. Als Spezialist für regenerative Energien, Wärmerückgewinnung, Sanitärinstallation und Lüftungstechnik sind wir Ihr erfahrener Ansprechpartner für die Umsetzung individueller Wohnträume. Uns ist es wichtig, für jeden Kunden einen technisch einwandfreien, kostenoptimierten und energieeffizienten Energiemix auszuwählen und bestehende Systeme zum Beispiel durch eine Solaranlage zu ergänzen. Als modernes Allgäuer Unternehmen sind wir uns der Verantwortung gegenüber der Natur und den begrenzten natürlichen Ressourcen bewusst. Aus diesem Grund schenken wir den Themen alternative Energierückgewinnung, Reduktion des Energie- und CO2-Verbrauchs sowie dem Umweltschutz besondere Aufmerksamkeit. Energie verwenden, nicht verschwenden. Nach diesem Grundsatz konzipieren und realisieren wir zukunftsorientierte Gebäude und Energietechnik. Dazu nutzen wir die Kräfte von Sonne, Erde, Wasser und Luft. Unser Ziel ist die Anwendung regenerativer Energien, und zwar ökologisch und ökonomisch nachhaltig. Wir arbeiten seit acht Jahren erfolgreich mit der Firma IVT zusammen. Hauptgrund für die Zusammenarbeit war das selbstvernetzende Fußbodenheizungsrohr, das aufgrund der besonderen Verarbeitungseigenschaften und seines guten Preis-Leistungs-Verhältnisses am Markt einzigartig ist. Und wir sind auch sehr froh über die Unterstützung bei Großprojekten durch die Planungsabteilung, was unsere Arbeit sehr erleichtert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.